Hallo Freunde, dementsprechend realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu Holzer Map mit Story, Holzer Map am Tegern See. Wir sind wieder zurück am Ballenstapeln, beziehungsweise was heißt zurück, wir fangen jetzt an mit Ballenstapeln. In der letzten Folge haben wir alles vorbereitet und heute geht's los. Ich freue mich tatsächlich richtig drauf, die Arnte wollen es einzufahren, ist natürlich so der finale Schritt in der Heuernte. Oh, ich sehe da gerade was. Ha, gut, da gucken wir jetzt nicht mehr hin. Ähm, ist natürlich der finale Schritt in der Heuernte und ähm, ja, ist ein ganz wichtiger Schritt. Da muss ja schon gucken, dass die Ernte gut reinkommt. Aber ist halt auch der Schritt, der Spaß macht, damit es dann wirklich vollends. Aber natürlich, wenn die Nachtschicht anfängt, dann irgendwann vergeht einem vielleicht auch so ein bisschen der Spaß. Ich freue mich jedenfalls sehr drauf, mit dem Johnny das Ganze zu machen, ne. Den haben wir ja noch nicht so richtig, äh, so wahnsinnig viel eingesetzt mit dem Frontload und nur so ein bisschen. Und heute darf man mal so richtig, äh, nicht zeigen, was er kann. Äh, freue ich mich drauf. Ich muss noch mal ganz kurz auf was eingehen, ne. Ich habe ja in der vorletzten Folge, äh, ohne, ganz ohne, äh, Geo gespielt. Und, ähm, ja, da waren die meisten von euch nicht begeistert, eigentlich alle. Ich habe eigentlich keinen einzigen Kommentar gesehen, der gesagt hat, ne, mach, äh, mach so weiter. Ähm, kann natürlich ein bisschen dran liegen, dass ich das ja mit dem Gelbstich total verbockt habe. Äh, dass wir nicht quasi, ne, dass wir den Gelbstich nicht so hin, äh, verbockt hätten, dass es dann nicht so wäre. Äh, aber ich denke mal, an dem Gelbstich allein lag es nicht. Ich denke wirklich, dass euch der Shader sehr gefällt. Und deswegen habe ich auch in der letzten Folge hier wieder mit den Shader-Einstellungen gespielt. Und ihr wart eigentlich durchweg begeistert. Beziehungsweise, ne, die Kommentare mache ich alle, ja, das ist viel besser und lasst den bitte drin. Damit hat sich das im Grunde entschieden, ne, meine Frage. Und in Freihäten werde ich, äh, hier definitiv mit dem Shader weiterspielen. Und, äh, ich werde einfach mal gucken, ob ich jetzt hier noch ein bisschen mehr das anpassen kann, dass es ein bisschen, vielleicht ein bisschen weniger extrem ist oder so. Oder was einfach so lass mich ist. Wie gesagt, im Moment ohne die, äh, in der Color-Grading-Einträge, nur mit dem, äh, Lighting-Eintrag aus dem Shader, gefällt mir das eigentlich gar nicht so schlecht. Äh, ich finde das ist eigentlich ganz angenehm. Ähm, so. Ah, ist ja immer nicht wirklich was. Das hat auch jemand gesagt, ne, jemand in den Kommentaren hat gesagt, ähm, irgendwie ein Kumpel hat auch so einen Johnny mit Frontlader und damit Silo laden ist überhaupt. Ich, äh, es tut mir leid, ich hab den Kommentar jetzt nicht mehr genau im Kopf. Jedenfalls hat jemand irgendwie, äh, über einen Kumpel oder so Zugriff auf so einen Teil und der hat gesagt, damit Silo ballenladen macht überhaupt keinen Spaß, weil man über die lange Haube gar nichts sieht. Und, ähm, ja, das mag ich jetzt auch so ein bisschen, ne, wir hatten ja gestern mit den Unterschieden zum, äh, zum Eicher, was die Frontladerarbeit angeht. Und der Karren hat einfach eine deutlich höhere Haube. Das ist einfach so. Der Eicher hat eine ziemlich niedrige Haube, ne, der, der große, äh, 2100, der da vorne steht. Der übrigens defekt ist, ne, einige von euch, äh, verpassen ja die eine oder andere Folge und wissen gar nicht, äh, Bescheid, ne, warum der da steht und wir nichts damit machen. Ähm, ähm, ja, sollen wir jetzt hier durchfahren? Das wäre auch mal eine Variante. Hehe. Ähm, genau, der steht nämlich hier drin, äh, weil, äh, der defekt ist, ne, wir haben da einen wunderschönen Motorschaden und, äh, Pläuel aus dem Block, aus der Seite raus und so weiter. Oder, also, da ist Feierabend und, äh, deswegen steht er da. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wenn ich die hier einfach hier so hinstelle. Oh, wenn ich hier rausfahre, hehe, könnte man das vielleicht so machen, ne? Ähm, Moment, ich schalte mir nochmal einen Gang hoch, höher. So, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, in der Tat ist das definitiv ein Nachteil, was den großen Schlapier angeht, dass man vorne wirklich nichts sieht. Deshalb, wenn man sich hier vorlehnt, äh, da, ja, ne. Also, man sieht nicht wirklich, was man mit der Gabel macht. Ähm, es ist beim Ballenstapeln, finde ich jetzt nicht ganz so wild, weil, ne, man sieht ja die Balle, die ist ja ziemlich groß. Aber, wenn ich jetzt versuchen würde, hier eine Palette irgendwie aufzubauen, ich glaube, das wäre schwierig. Deshalb, wenn man sich zur Seite lehnt, dann ist ja der Frontladerahmen und die große, breite Haube. Ja, ja, ja. Also, die Übersicht ist definitiv nicht die allerbeste. Ähm, wie gesagt, hier beim Ballengabeln finde ich, dass es nicht ganz so wild. Na gut, äh, wenn ich jetzt schon zurückschalten müssen hier. Ähm, ja. Beim Ballenstapel finde ich das jetzt nicht ganz so wild, weil die Ballen ja groß sind und ich etwa weiß, wo die Gabel ist. Aber ganz perfekt ist natürlich nicht. Und, ähm, das ist definitiv ein Nachteil. Auf alle Fälle. Ähm, ich hatte ja auch nie vor, dass das auf Dauer unsere Frontlader-Schlepper wird. Ähm, das Ganze hat sich ja nur so ergeben, weil es sich so ergeben hat. Wir haben ja eigentlich einen neuen John Deere angeguckt damals, als wir diesen hier gekauft haben. Und, äh, haben dann halt festgestellt, na, das ist finanziell egal, wie man es... Ach, ne, die will ich ja gar nicht mitnehmen. Das ist ja eine von den alten, gammeligen, wo noch heulende Presse drin war. Ähm, bisschen wie Silo. Ähm, was wollte ich sagen? Genau. Äh, wir waren ja eigentlich auf der Suche nach was kleinerem, kompakten Frontlader-Schlepper neu. Wir haben uns da was angeguckt bei dem Händler und, äh, haben halt festgestellt, das haut preislich einfach nicht hin, dass wir was Neues kaufen. Und, ähm, ja, das ist, wie gesagt, nicht so ganz das gewesen, was ich eigentlich gesucht habe. Aber eben trotzdem was, was wir definitiv gebrauchen konnten, weil wir ja auch, äh, unseren großen Schlepper im Grunde verloren gegangen ist. Nachdem der Eichel 30, äh, 366, ja, der große Eichel ist im Grunde unser großer Schlepper gewesen. Und, ähm, ja, mit seinen knapp 100 PS. Und, äh, den haben wir für sehr viel eingesetzt. Und dann haben wir ja nur noch den ZT gehabt, der aber halt ein bisschen ohne Fronthydraulik und so war. Und, ähm, wir haben ja immer schon im Hinterkopf gehabt, dass wir eines Tages den ZT vielleicht ersetzen möchten, durch etwas, was ein bisschen, äh, nicht mehr Leistung hat, aber ein bisschen modernere ist mit Fronthydraulik, mit Frontzapfel und so weiter. Und, ähm, es hat sich halt einfach so ergeben, dass wir dann jetzt hier auf diesen Schlepper gestoßen sind. Und, dass er halt auch noch eine Frontlader-Konsole hatte. Sodass ich dann gesagt habe, okay, da können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir kaufen den Karren hier, können den ZT weggeben. Haben dafür einen moderneren Schlepper. Und, wir haben jetzt erstmal wieder einen Frontladerschlepper, weil der eine Frontladerkonsole hat. Es ist also keinesfalls geplant, dass das hier unser Hauptfrontladerschlepper preis bleibt. Wir haben ja schließlich auch den Hofladen. Das heißt, ganz viele von den Detailarbeiten, die man wirklich gut sehen muss, können wir mit dem Hofladen machen. Und wie gesagt, eventuell kommt irgendwann mal nochmal ein Frontladerschlepper auf den Hof. Aber ich habe ja nach wie vor vor, dass wir den, so, das war jetzt hier nicht so ganz so ideal. Ähm, ich habe ja nach wie vor vor, dass wir den Eichel wieder reparieren wollen. Es ist einfach, na, im Moment ist es zeitlich nicht wirklich gegeben. Ähm, es ist auch so, dass wir noch keinen Ersatz gefunden haben. Aber man bräuchte ja einen Ersatzmotor. Und wir haben einfach noch nichts gefunden. Ich habe aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit gehabt in letzter Zeit, danach zu suchen. Da werden wir im Moment einen Stall bauen, das Ganze gedöhnt. Das Projekt ist ganz hinten angestellt. Na, das ist einfach so. Ähm, das ist jetzt nicht wichtig. Und im Moment läuft der Hof ganz wunderbar so. Ich kann hier mit dem großen Schlepperfrontlader Arbeiten ausrichten. Das ist gar kein Thema. Und, ähm, na, der 366 kann so ziemlich alle anderen Arbeiten erledigen, die ich jetzt hier, wo der Große doch zu groß ist. Ähm, wir brauchen den anderen jetzt nicht wirklich. Und wie gesagt, wir haben ja den Hofladen für die, äh, ganzen Hofarbeiten. Und von daher ist das schon ganz gut, na, wenn wir wirklich mal hier, so wie jetzt, Ballen durch die Gegend fahren müssen, dann machen wir den Frontlader ja einen großen Trant. Und ansonsten fahren wir den schon hier eh ohne Frontlader, weil der in erster Linie, na, den ZT und den Eicher zusammen ersetzt. Na, und nicht unbedingt, äh, äh, Frontlader Eicher. Sondern eher den Acker Eicher, ne, also die Ackerarbeit. Und sich halt wesentlich leichter damit tut. Ähm, es ist schon angenehm, na, wenn man den Schlepper nicht an der Grenze fährt. Das ist zwar ein bisschen Luxus, das muss man einfach so sagen. Und diesen Luxus haben viele Betriebe heutzutage. Das ist früher ein bisschen was anderes gewesen. Ähm, das ist heute einfach so, dass die Landwirtschaft übermotorisiert ist. Na, so, ich schalte dich mal hier ein bisschen zurück. Halt. Ähm, ja. Ich hab das immer wieder, wenn man den Motor startet. Dann, früher geht die Bremse nicht. Ist vielleicht ein Bug in RMT, ich weiß nicht. Vielleicht kommt es auch von FCA, ich weiß es nicht. Ich müsste mal gucken. Aber, na, so ist das halt. Ähm, genau. Und da viele Betriebe, eigentlich die meisten Betriebe sind heutzutage übermotorisiert. Na, man macht heute wesentlich mehr eine PS pro Hektar, wesentlich mehr PS für dieselbe Hektaranzahl wie früher. Ähm, eine PS pro Hektar hat sich locker, locker verdoppelt eher noch mehr. Ähm, na, das hat natürlich mitunter schon Sinn auch, weil eben eine Wetterfenster enger geworden sind. Und andere Dinge, wo es halt wirklich einfach, ne, Auflagen strenger geworden sind, ganz viel. Wo halt wirklich es eine große Rolle spielt, ne. Allein schon die Düngeverordnung ist ja zum Beispiel so ein Grund, na, dass eben innerhalb von kürzester Zeit eingearbeitet sein muss oder so. Ähm, da kannst du es halt nicht ankommen mit einem kleinen Schlepperchen und einem kleinen Fass und hier irgendwie eine halbe Woche Gülle fahren, wenn es innerhalb von vier Stunden einarbeiten muss. Na, das ist nicht möglich. Klar, theoretisch, wenn du zwei kleine Schlepper hast und zwei Fahrer, dann kann natürlich jemand hinterher arbeiten und du quasi eine Woche lang zu zweit Gülle fahren. Das ist kein, na, klar, aber in der Regel ist es ja nicht so. In der Regel ist ein, ne, die meisten Betriebe werden ja doch eher alleine geführt, ne. Vielleicht hilft jemand aus der Familie ab und zu mal mit. Aber im Großen und Ganzen ist ja doch so, dass viele Betriebe heute eigentlich Ein-Mann-Betriebe sind, ne. Da ist vielleicht jemand in der Familie, wo mithilft, aber ja nicht so, dass die auch vom Hof leben, ne. Meistens sind das ja dann, äh, ich rede jetzt hier von, ich sag mal so Betrieben, die ich so in der Gegend halt kenne, ne, kleine Familienbetriebe. Ne, das ist meistens, äh, Nebenerwerb oder vielleicht so Haupterwerb, dass zwar der Haupt, äh, Hof, äh, der Besitzer sozusagen, der, der Bauer sozusagen, ähm, in dem Fall vielleicht der Vater, äh, den Hof tatsächlich im Vollerwerb macht, aber dass alle anderen arbeiten gehen, ne. Dass die Söhne vielleicht mithelfen, aber da haben alle Jobs und gehen arbeiten, ne. Also, dass wirklich eine ganze Familie, ne, äh, Vater, Mutter und Kinder Erwachsene, wo man im Hof leben könnte, dafür muss der Hof schon ziemlich groß sein, ne. Und, äh, deswegen, ja, ist es halt heutzutage so, dass weniger Zeit auch vorhanden ist. Und natürlich braucht man dann mehr Leistung, mehr Arbeitszeit und so weiter. Aber dennoch ist es doch ziemlich heftig, wie übermotorisiert die Landwirtschaft teilweise ist. Und es ist ein Luxus. Man muss das einfach so sehen, dass es ein Luxus ist, dass man so übermotorisiert sein kann. Und für viele landwirtschaftliche Betriebe ist es halt auch durch den Nebenerwerb ein Luxus, den sie sich reinfinanzieren, ne. Wo eben so ist, dass sich der, der neue Schlepper nicht wirklich lohnt, wenn man ihn durchrechnet, aber weil man eben durch einen anderen Erwerb... Viele, viele Nebenerwerbsbetriebe, wenn nicht sogar die meisten Nebenerwerbsbetriebe, subventionieren sich ja selber durch ihre Haupterwerbsarbeit, ne. Das ist die traurige Wahrheit. Und, ähm, ja, ne, weil es halt einfach alles nicht mehr genug zahlt, weil es sonst die Landwirtschaft pleite wäre. Und, ähm, ja, selbst Haupterwerbsbetriebe gibt es gute, gut viele, die sich selber subventionieren, indem sie irgendwie ein Land verkauft haben, was plötzlich sehr viel wert geworden ist, irgendeine Erbschaften, irgendwas übernommen. Und, ne, also auch da gibt es ganz oft Fälle, wo die Landwirtschaft sich wahrscheinlich nicht wirklich rentieren würde. Oder eben so ein Fall, wo dann, ne, zwar quasi, äh, zwar der, äh, Familienvater vielleicht den Betrieb hauterwerblich macht, aber andere Familienmitglieder arbeiten gehen und von denen auch irgendwas in den Hof reinfließt und so was. Also, na, die Landwirtschaft wirklich in den Hof zu führen, wo alle Einnahmen mit dem Hof, die einzigen Ausgaben im Hof sind, na, wo nicht von irgendwo anders Geld reinfließt. Und alle Einnahmen, da ist natürlich Subventionen von der Region und so weiter, klar mit dabei. Aber eben alle Einnahmen, die strikt, äh, um die Landwirtschaft, äh, angehen und nur die reinfließen, das ist wirklich, äh, selten. Ne, da brauchst du wirklich einen großen Betrieb. Und, ähm, ja, entsprechend ist das ein gewisser Luxus, den sich viele einfach leisten, dass sie ein bisschen übermotorisiert unterwegs sind. Und das sind wir jetzt hier auch. Ne, das sind wir ziemlich. Ich hab das ja schon mal gesagt. Und, äh, theoretisch könnten wir unseren Betrieb mit dem 3066 fahren. Und, na, ich hab zwar hier, so, ich mach das, ich blieb mal gerade an, wenn ich hier so am Gelände rumfahre. Ähm, ich hab zwar hier, äh, jetzt definitiv ein Gelände zugelegt, na, ich hab mir einige Wiesen gekauft. Äh, von da ist der Betrieb jetzt größer, als er früher war, um, um ein gutes Stück. Ähm, aber es ist doch tatsächlich so, dass der Betrieb, äh, früher auch schon relativ groß war und mit deutlich weniger Pels ausgekommen ist. Ja, und, äh, na, das ist halt einfach so eine Sache. Äh, irgendwann überschreitet man die Grenze dessen, was unbedingt nötig ist. Und dann kommt man in den Bereich des, in Anführungszeichen, Luxus, der eben einfach einem das Leben ein bisschen erleichtert. Und, äh, wir waren im Grunde mit dem 2100 schon bei diesem Bereich. Na, der 2100 hat für uns eigentlich ausgereicht. Ja, und mit diesem Schlepp, hier sind wir jetzt halt einfach im Bereich des Luxus. Total. Aber, äh, ich denke nach wie vor, dass es das wert ist, weil wir eben auch ein Einmal im Betrieb sind. Na, auch wenn meine Frau theoretisch hilft und wenn mein Schwenkervater theoretisch hilft, aber ihr seht das ja, wie oft die da sind und wie oft die wirklich Zeit haben. Und von daher, ne, ist das einfach. Und, was ich eigentlich ursprünglich sagen wollte, als ich mit diesem Rant hier überhaupt angefangen habe. Es ist einfach schön, wenn ein Schlepper nicht immer an der Leistungsgrenze läuft. Na, es ist zwar für den Dieselmotor auch nichts, wenn er nie leisten muss, ne, wenn er immer bloß so Standgas rumtuckelt. Das tut ihm auch nicht gut. Oder halt immer ohne Last, ne, kann ja auch Vollgas ohne Last sein. Das tut dem Dieselmotor nicht gut. Ähm, na, Dieselmotor muss schon Arbeit leisten, um, äh, ne, dass er nicht hinübergeht. Weil ansonsten fängt er an zu verkucken und verglasen und, äh, verbrennt unsaubere und so weiter. So, jetzt haben wir natürlich hier wieder so eine störrische Balle. Ähm, wobei mir gerade einfällt, eigentlich könnte ich die alle so rum hinschmeißen, weil ich die so, eh so rum reinstaple. Und wir machen jetzt auch mal gerade eine ganz kurze Pause und hocken uns auf den Hoflader und werden da mal anfangen reinzufahren. Ähm, ja, machen wir mal eben. Wobei ich auch sagen muss, dass ich tatsächlich nicht ganz so viel Bock habe auf den Hoflader fahren, weil der Hoflader doch ein bisschen unangenehmer zu fahren ist als der Johnny. Weil das Gas hier irgendwie immer so ein bisschen merkwürdig reagiert. So, ähm, genau. Was ich eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, es ist einfach schön, wenn man einen Schlepper nicht immer an der Leistungsgrenze bewegt. Und der Johnny ist für uns, ähm, definitiv ein Schlepper, den wir nicht an der Leistungsteuer. Ich muss mal hier ganz kurz die Fazia-Einstellung durchgucken, auch mal gucken, ob hier irgendwas ist. Irgendwas ist, was ich eventuell ein- oder ausmachen sollte. Alles aus, alles aus, alles aus. Das hier vielleicht mal ausmachen. Vielleicht fährt er dann besser. Aus, 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 aus. Schauen wir mal. Ähm, weil, ne, das irgendwie... Ich gebe jetzt hier Gas, ne, und er fährt halt so nicht wirklich. Und dann gebe ich mehr Gas und plötzlich schießt er los, ne. Das ist so ein bisschen... Die Geschwindigkeit dosieren ist wirklich schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. So, bin ich mal gespannt. Ich kann theoretische zwei Heuballen nehmen. Das ist auch ein bisschen leicht hinten, aber es sollte gehen. Okay, ein bisschen leicht hinten ist übertrieben. Ähm, hehehehe. Gut. Zwei Heuballen und dann rückwärts hier die Rampe rauf. Ist doch... Ist doch ein bisschen zu viel des Guten. Wenn wir das so machen wollen, dann müssen wir vorwärts die Rampe rauf. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Ja, weil die Rampe ist schon arg schräg. Und zwei Heuballen ist wirklich am Limit hier. Die sind auch gut gepresst. Ja, komm schon. Okay. So, jetzt haben wir auch das Theater wieder. Hier übrigens, ne, was viele Leute fragen. Woher kommen die ganzen Spuren? Das macht tatsächlich Aria. Und das ist ein Grund, warum ich Aria immer wieder rausgenommen habe. Weil mich das wahnsinnig tierisch aufregt. Dass da diese Spuren kommen. Eieiei, das finde ich nicht gut. Aber hilft nichts. Im Moment haben wir Aria drin. So, jetzt haben wir natürlich hier ein bisschen Probleme. Okay, das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Der Winkel von dieser reicht nicht aus, um hier die Ballen runterzugeben. Und dann hilft natürlich die LS-Physik, die da gegen die Schwerkraft angeht. Ist auch wieder schön, ne? Gut, dann weiß ich nicht so recht, wie ich das machen soll. Dass ich die aufgestellt kriege. Dann muss ich die doch draußen mit dem Johnny aufstellen gleich. Ha. Mist. Wie mache ich das jetzt? Oh man, die Spuren laufen mich schon wieder. Kann ich das nicht irgendwie ändern? Na, ihr seht das. Die Spuren kommen immer, weil ich hier, wenn ich hier anhalte, dann geht hier unten das Durchdreh-Dings da hier an. Kann ich das nicht irgendwie deaktivieren? Dann nehme ich jetzt hier vielleicht, keine Ahnung, manueller Allradantrieb an. Und dann hier mal ohne Allrad probieren. Ne, immer noch so mit Allradantrieb. Ne, immer noch so mit Allrad und wir sparen. Wünschbarer vorne. Ne, jedes Mal, wenn ich vom Gas gehe, hat er kurz 100% Schlupf und macht hier so eine Riesenspur rein. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Wenn ich mit RMT fahre, habe ich das Problem nicht, soweit ich weiß. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Dann probieren wir mal. Okay, ich, ich. Ich habe schon wieder keinen Spaß mehr hier. Das ist echt blöd, dass der hier so. so wenig ein- auskippen kann. Das ist ziemlich ärgerlich. Ha. Eine Alternative wäre, dass ich doch die Ballen dann hier so staple. Aber ist nicht so das, was ich eigentlich vorhatte hier. Definitiv nicht das, was ich vorhatte. Wie gesagt, diese Spur machen mich schon wieder wahnsinnig hier. Ha. So könnte ich immerhin Ballen stapeln, aber so kann ich die halt nicht so hoch stapeln. Das war jetzt dann doch ein bisschen heftig hier. Ja, das ist das Nächste, was mich irritiert. Dass einfach das Gas nicht so, so absolut nicht linear ist. Ich gebe ein bisschen Gas, geht nix. Ich gebe ein bisschen mehr Gas und geht immer noch nix. Und plötzlich rast die Kiste los. Das ist halt der Grund, warum ich die eigentlich immer senkrecht stapel. Weil so rumstapeln, dadurch, dass die Ballen nicht weich sind, funktioniert irgendwie nie so richtig, dass es nachher schön aussieht. Ah, klar. Jetzt haben wir natürlich wieder so einen Anti-Schwerkraftball hier. Ah, liebe Leute, liebe Leute. Ist das wieder schön. So, jetzt funktioniert das ein bisschen besser. Ich habe mir eben die Ballen alle aufgestellt. Und, ähm, ja. Machen wir in Zukunft gleich so, ne? Vom Johnny direkt hinstellen. Und, äh, dann klappt das auch. Ich habe das nur nicht so viel gedacht. Na, das ist der einzige Nachteil von diesem Avant, den ich bisher so wirklich, wirklich, äh, für problematisch halten kann. Dass er einfach nicht so weit auskippt. Und das ist natürlich beim Ballenstapeln ziemlich blöd. Ähm, na so ist das jetzt gar kein Thema. Und, ähm, ja. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, äh, ob wir die Balle hier, äh, draufgestapelt kriegen. Na, das ist natürlich noch ein ganz anderes Thema. Von der Hubhöhe. Ähm, wenn wir die entsprechend tief anpacken, dann könnte das gehen. Huch. So, ja, wie gesagt. Na, wenn wir die entsprechend tief anpacken, dann geht es vielleicht, dass wir noch eine Dings hochkommen. Ansonsten ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ähm, natürlich hängt jetzt hier auch immer wieder mein Draht hier aus, sodass ich hier wieder, die Zusatzfunktion hier nicht habe. Und die brauchen wir als aber, die Zusatzfunktion. Oh, jetzt habe ich wieder das Problem. Das ist einfach, ich kann damit einfach nicht. Wenn ich Gas gebe und der Flapper nicht direkt reagiert, dann lenke ich schon in die falsche Richtung, bis er anfängt zu rollen und, ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ärgert mich schon die ganze Zeit, aber ich kriege das nicht weg. Das ist mit, ohne VCA ist es auch so, aber mit VCA ist es noch mehr. Ah, Mist. Da habe ich natürlich das Teil hier, wo falsch ist, drin hängen. Ah, Mann, 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 Mann. Ich muss mich echt nicht wieder um meine, um meinen Buttonbox-Prototyp kümmern, dass ich das mal vernünftig mache. So. Ähm. Fauen wir hier mal raus. Dann gucken wir mal, ob wir damit hoch genug sind. Bin mal sehr gespannt. Jopp, wir sind damit hoch genug. Sehr schön. So, es ist natürlich hier so eine Sache. Hier ist ein Loch, da darf ich nicht runterfahren. So. Wir probieren das einfach mal. So schlimm kann es ja nicht werden. So, jetzt weiß ich nur nicht, ob wir da eine Zeitrauffaufnahme machen sollen, weil ich mich ja hier doch ziemlich viel bewege mit der Kamera oder wie wir das am besten hinkriegen. Das ist mir jetzt noch ein bisschen ein Rätsel tatsächlich. Aber wir probieren das mal mit einer Zeitrauffaufnahme hier aus der inneren Sicht. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich bin dann doch ganz froh, wenn ich die Ballen am Tag noch von der Wiese holen kann Wenn jetzt natürlich die Scheune schön beleuchtet wäre, könnte ich heute Abend im Hoflader noch vor uns aufräumen Aber, ja, nachdem wir da kein Licht haben, denke ich mal, schieben wir das dann auf Morgen ist ja dann unter Dach, ist ja kein Problem, ist nur so, dass die Scheune jetzt langsam voll wird Das heißt, ich muss tatsächlich auf der anderen Scheune und unter das Vordach auch noch ein bisschen was tun Aber wir haben jetzt ja nur noch die kleine Wiese und auf der ist ja gar nicht ganz so viel Das heißt, ich glaube, insgesamt haut das jetzt schon vollends ganz gut hin Und, ja, ich habe auch hin und her überlegt, ich habe ja gestern drüber geredet In der letzten Folge drüber geredet, dass wir eventuell den Anhänger anhängen oder eventuell nicht Und ich habe jetzt einmal mit der Wiese direkt am Hauswag quasi angefangen Und da ging das natürlich wunderbar mit dem Frontlader Und dann habe ich einfach so weitergemacht Weil das geht doch relativ gut Und ich muss jetzt hier nicht absteigen, nicht mit Gürten rummachen oder sonst irgendwas Und, ja, klar, ich könnte theoretisch hier ohne Festzugurten rüberfahren, diese paar Meter Und ich könnte auch irgendwie immer nur jeweils vier oder sechs Ballen drauf tun Aber ich glaube, so wirklich arg viel Zeit spare ich damit nicht Und, ja, deswegen anabhängen, aufabladen Und so kann ich die halt, muss ich sie nur einmal anpacken Das ist halt der Vorteil Wenn ich die jetzt drüben vom Anhänger mit dem Hoflader runter tun würde und gleich verräumen Dann wäre das vielleicht ein bisschen was anderes Aber nachdem ich mich jetzt dafür entschieden habe, dass ich die quasi direkt in die Scheune In unseren Heulager reinfahren mit dem Schlapper und dann dort einfach liegen lasse bis morgen Ist das, glaube ich, so ganz gut Geht so definitiv schneller als anders Und, ja, wie gesagt, auch dass ich jetzt hier immer durch die Scheune durchfahre Ist ja auch ganz praktisch Ich muss halt immer ein bisschen aufpassen Weil es doch relativ eng ist mit zwei Ballen von vorne in der Gabel Aber ich kann jetzt quasi geradeaus drüben reinfahren Ansonsten müsste ich immer zurücksetzen entweder Dann, wenn ich jetzt hier unten von links unten hochkommen würde Müsste ich entweder hier hochfahren, ein Stück zurücksetzen hier in die Einfahrt rein und dann rüber Oder ich müsste eben von rechts kommen und dann hier an der Miste vorbei Aber in jedem Fall wäre das ein bisschen ein Umweg und ein bisschen mehr Aufwand Deswegen, das hat gerade von da drüben ganz gut gepasst Weil man aus dieser Ausfahrt hier drüben sowieso nicht rüberkommt Das ist immer das Problem, dass ich aus der Ausfahrt nicht um die Kurve komme Und von daher hat das ganz ideal gepasst Da direkt durch die Scheune durch Und, ja, das haben wir jetzt dann hier vollends so weiter gemacht Und war, glaube ich, eine ganz gute Idee So, die lassen wir es einfach mal so krumm da liegen Ist auch halb so wild Dann schiebt man alles morgen mit dem Hoflader vollends zurecht Und stapeln das da, wo es hingehört Das ist natürlich der Vorteil vom Hoflader, dass das schon wendig ist Dass wir da überhaupt gar keine Probleme haben werden Und dann, obwohl die Scheune schon halb voll gestapelt ist von vorne her Mit dem Hoflader da hinten das Zeug hin und her zu stapeln Das ist zum Beispiel etwas, was wir definitiv so nicht geschafft hätten Mit einem normalen Frontadelschlepp Und, ja, so machen wir das jetzt mal Und dann, ja, wie gesagt Die letzte Wiese ist ja auch wieder ein bisschen näher am Hof Wobei ich weiß nicht, was wirklich näher ist Hier kann man immerhin schon Vollgas fahren Drüben ist es ein bisschen schwierig, weil da doch ziemlich viele Flagglöcher sind Auf dem Schotterweg Zumindest mit der Gabel voll Mag ich da definitiv nicht mit viel Gas durchhauen Und von daher kann es sein, dauert es ein bisschen länger So, das ist die letzte Balle, die hier vorne ist Ja, das ist die letzte Balle Von dieser Wiese hier Und dann haben wir nur noch eine Wiese Natürlich habe ich die jetzt hier nur mit einem Zinken aufgegabelt Und den Motor abgewirkt Habe ich gut gemacht Macht aber nichts, wir können die auch mit einem Zinken mitnehmen Habe ich so wild Da haben wir die vollends drücken Aber dann so langsam geht die Sonne auch vollends unter Aber wir sind ja dann auch bald so weit Ich glaube, das sind nicht mehr ganz so viele Ballen auf der anderen Wiese Das haben wir schnell vollends gemacht Und dann haben wir es allah, die haben wir noch nicht verräumt Aber drin, im Trockenen Na dann ist tatsächlich unsere große Heuernte So weit geglückt Bisher sieht gut aus, sieht es auch nicht so aus Als wird in der nächsten Stunde noch regnen Also habe ich Jetzt eigentlich keinen Stress mehr Es läuft, es ist gut Wir kriegen das vollends rein Man kann nicht zufrieden sein Und ja, jetzt packen wir die hier vorne dazu Diese Balle Dann schauen wir mal, ob wir noch ein, zwei Frontdatergabeln hier vorne reinschmeißen Hier vorne an die Tür So, hier kann ich ja am Rand auch noch ein bisschen was hinpacken So Und ähm, na nun Ach, ich habe wieder nicht zurückgeschalten gehabt So Ja, und dann so langsam lässt ein bisschen die Konzentration nach Wenn man mal zwei Stunden Ballen gefahren ist Irgendwie dann kommt so ein bisschen das erste Tief Zumindest geht es mir jetzt heute so Und ja, ich müsste jetzt vielleicht mal eben anhalten Mit einem Kaffee machen oder sowas Wäre vielleicht nicht verkehrt Aber ich glaube, ich hole diese Ballen jetzt vollends Weil es ist ja nicht mehr viel Und dann habe ich Feierabend Weil wenn ich jetzt erst anhalte und mir einen Kaffee mache Na, dann dauert das auch wieder ewig Ich könnte natürlich kurz mal eine Frau Und eine WhatsApp oder eine SMS schicken Und sagen, hier, kann sie mir mal vielleicht gerade eben Kaffee rausbringen oder sowas Ähm, ich weiß nicht, wobei die gerade ist Was sie gerade macht Ob sie da beschäftigt ist Ähm, oder ob die mir vielleicht einen Kaffee rausbringen könnte Aber Ja, es sind ja hier nicht mehr Ach komm, ach komm Das sind ja bloß noch vier, fünf Ballen Ach komm, das geht vollends Das geht vollends Das ist kein Problem Das machen wir vollends So, ich würde mal sagen Wir machen auch noch mal ein bisschen Zeitraffer Und, ähm, ich mache Ballenstapeln ja ganz gerne in der Innenansicht Aber vielleicht können wir noch Ich weiß nicht Außenansicht ist das jetzt dunkler oder halt auf Vielleicht können wir noch eine Runde Außenansicht machen Ähm, einfach nur so, dass wir das auch mal noch gemacht haben Und, äh, ja Machen wir mal so Ich wünsche euch viel Spaß damit Bis gleich Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. We can be alone in a castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. So, ja, das ging ja doch ziemlich schnell. Ich glaube, es sind jetzt noch vier Ballen draußen, also zwei Fahrten. Nicht ganz sicher, aber die machen wir jetzt natürlich vollends. Und dann sind wir tatsächlich durch. Ja, wir haben es jetzt noch gleich halb elf. Also zeitlich hat das jetzt schon ganz schön gedauert. Von da war es definitiv die richtige Entscheidung, dass wir nicht das alles heute noch reinstappeln. Weil sonst hätten wir ja wahrscheinlich, wenn wir alles doppelt anpacken müssen, rein rechnerisch ungefähr erst die Hälfte geschafft. Und dann wären wir heute nicht mehr fertig geworden. Von da, das ist schon ganz gut so. Ich bin jetzt hier auch im letzten Moment ziemlich zügig über den Schotterpiste gerasen, durch die Schlaglöche hier durch. Ich will auch voll fertig werden. Das hilft ja alles nichts. Und ja, dann bin ich auch ein bisschen zu zügig unterwegs. Aber wie gesagt, das hilft ja alles nichts. So, jetzt haben wir hier diese zwei Ballen noch und dann noch eine. Bin mir nicht sicher, ob vorne in der Ecke noch eine liegt oder nicht. Werden wir aber gleich rausfinden. So, die packen wir jetzt hier vorne da dazu. Ich glaube, das langt so schon. Muss jetzt auch nicht so perfekt sein. Ah, haben wir jetzt nicht ganz so super aufgespießt, aber passt so schon. Die kriegen wir schon mit so. Aber ich bin mal gespannt, ob hier irgendwo noch eine rumliegt. Nope, nur die da hinten. Also noch eine Farb nach dieser hier. Und ja, der Johnny hat gute Arbeit. Also die Ausleuchtung ist echt schön. Kann ich mich gar nicht beklagen. Da auf jeden Fall sehr praktisch. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob der Johnny vorher schon einen Nachteinsatz hatte oder ob das jetzt der erste ist. Muss ich mir gerade zurückdenken. Ich meine fast, das könnte sogar der erste Nachteinsatz sein für den Johnny. Wo wir wirklich mal so richtig in der Nacht arbeiten müssen. Und ja, die Beleuchtung ist echt top. Kann ich nichts sagen. Ich meine klar, mehr Licht ist immer gut, aber ist definitiv brauchbar so. Der ist auch voll ausgestattet mit dem Scheinwerfer. Ihr seht das ja, ne? Zwei hier, zwei dort. Also keine blanken Kästchen, wo bloß ein Plastikdeckel drauf ist. Sondern der hat definitiv überall, wo ein Scheinwerfer sein kann, hat er auch einen. Von daher, das ist schon nicht schlecht. Das macht schon ordentlich Licht hier. So, jetzt hauen wir diese zwei Ballen hier noch dazu. Und dann noch den einen letzten. Ui, 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 ui. Okay, dann habe ich jetzt hier nicht so richtig umgekippt. Und natürlich habe ich wieder vergessen, zurück zu schalten. Ja, ihr merkt das, ne? Jetzt so langsam schlägt die Müdigkeit echt zu. Ich bin ja auch schon seit heute Morgen sehr früh wach. Und, ähm, na die Konzentration lässt so ein bisschen nach. Ähm, ach komm, den stellen wir morgen mit dem Flapper auf oder so. Ich hole jetzt vorhin die letzte Balle und dann machen wir Feierabend. Wir waren noch ein größeres Unglück passiert. Das war auch knapp gerade. Hätten wir fast den Hochdruckreiniger mitgenommen hier. Ei, 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 ei. Ja, eine Müdigkeit ist wirklich gefährlich, ne? Der Sekundenschlaf und sowas. Ähm, ne? Auch für Autobahnen. Neulich hat irgendein Dashcammer eine Umfrage gemacht. Und irgendwie, glaube ich, 30% haben angegeben, also nicht zum Sekundenschlaf angegeben, dass sie selber schon mal Sekundenschlaf erlebt hatten. Also, dass sie selber schon mal im Steuer für eine Sekunde eingeschlafen sind. Und das ist eine sehr erschreckende, sehr erschreckende Zahl. Also, das ist schon heftig. Ähm, ja. Das ist schon richtig heftig. Und das kann natürlich auch sonst passieren. Das muss ja nicht am Steuer auf der Autobahn sein oder generell am Steuer mit dem Auto. Das kann ja auch am Steuer von einem Traktor passieren, wenn man halt eine lange Arbeit und so und einfach richtig müde ist. Von daher, das... Und dann passieren Unfälle, ne? Dann passieren blöde Sachen und wenn man ein bisschen unaufmerksam ist oder wirklich so von der Sekunde nur wegdöst, kann man auch mit einem Schleppern einen Unfall bauen. Und dafür braucht man nicht irgendwie hier 100 kmh, 150 kmh auf der Autobahn unterwegs sein. Ähm, das reicht auch viel langsamer schon. Und von daher, ja, es ist... Man hat zwar einerseits immer den Ehrgeiz, vollends alles richtig und fertig zu machen, aber andererseits, na genau, wie man natürlich auch auf dem Auto, den Ehrgeiz hat, vollends nachheim zu fahren und sagt, das schaffe ich vollends. Und, aber, ja, ja, nie. Ne, man muss es nicht immer übertreiben, weil es ist nicht ganz ungefährlich. Und, na, wenn es irgendwie anders geht, dann muss das jetzt nicht unbedingt sein. Ja, und deswegen, ich merke jetzt schon, dass die Konzentration hier stark nachlässt und dass ich wirklich K.O. bin. Und deswegen machen wir dann jetzt auch gleich Feierabend, nachdem die Balle drin ist. Ähm, und, ja, bemühen uns am Morgen um den Rest. Das ist ja auch, das ist okay. Das ist vollkommen okay. Ähm, ja, aber man muss nicht immer, man muss nicht immer auf Feierabend wirklich alles fertig schaffen. Kann auch am nächsten Tag weiter. Auch wenn man so einen gewissen Ehrgeiz natürlich hat. Ähm, ja, ich würde mal sagen, Huh, da seht ihr, das bin ich schon wieder ein bisschen knapp mit dem Zaun vorbeigefahren. Das geht, das geht ruckzuck, geht das. So, jetzt schmeißen wir die hier von uns danach. So, dann packen wir hier. Ja, klar, habe ich ihn wieder abgewürgt, weil ich schon wieder vergessen habe, weil ich den Gang nicht zurückgeschalten habe. Klar. Ei, ei, ei. So. Genau, dann packen wir den Flap jetzt hier daneben hin. Neben unseren kaputten Eicher. Ähm, ja. Auch, natürlich muss ich das Licht auch ausmachen. So. Gut, ich würde mal sagen, wir haben jetzt definitiv und, äh, absolut eindeutig Feierabend. Wir haben es jetzt halb elf, es ist immer noch ein bisschen hell. Na, wir haben es definitiv Sommer. Man merkt das, na, der Hochsommer. Aber es ist doch jetzt ganz gut, dass wir es jetzt vorhin geschafft haben. Und, äh, jetzt sind sie hier drin, die Ballen. Ähm, okay, der wandert. Gut. Ähm, ja, wie viele sind es denn insgesamt? Wir müssen jetzt mal zählen. Ich schopfe jetzt mal ganz kurz drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 23 liegen hier. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, 14, 15 liegen hier. Also, 23, 33 plus fünf ist 37. Und dann müssen wir mal hier gucken, wie viele wir hier haben. Ähm, 38, 39, 40, 41. Also, 41 Heuballen haben wir gemacht. Das sind schon einige. Das ist schon der, ja, ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden und glücklich darüber, dass wir jetzt echt voll unseren Heuvorrat so richtig in Schuss bringen. Aber, ähm, ich glaube, so voll, wie ich hier denke, dass es hier drin wird, wird es gar nicht. Hier passt echt einiges rein. Das ist eine Riesenscheune. Ähm, aber gut, man muss natürlich bedenken, dass hier früher HD-Ballen reingestappelt wurden. Und als diese Scheune gebaut wurde, hier wahrscheinlich auch noch Lose eingefahren wurde. Und entsprechend ist die natürlich sehr groß gebaut worden. Gut, ich würde jetzt mal sagen, dass wir hier die Folge an dieser Stelle beenden. Weil die ist wieder lang genug geworden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und, ähm, ja, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich bin natürlich, ich sage das jetzt einfach mal wieder, weil in der letzten Folge hat jemand gesagt, ich quassle zu viel. Ich bin natürlich für Kritik offen, ne, aber ich, äh, also, ne, wenn euch was nicht gefällt, ruhig unten rein in die Kommentare. Ne, also, ich, früher habe ich das fast jedes Video gesagt. Mittlerweile irgendwie ist man dann irgendwann in so einer Gewohnheit drin. Ähm, deswegen, ich muss das vielleicht wieder öfter sagen. Wenn euch was nicht passt, wenn euch was nicht gefällt, ruhig unten rein in die Kommentare. Da ist es halt, äh, mit Begründung am besten oder Erklärung. Ich meine, derjenige, der gesagt hat, ich quassle zu viel. Ähm, ja, oder ich rede zu viel. Er hat gar nicht gesagt, ich quassle, aber ich rede zu viel. Ähm, ich meine, ich rede zu schnell. Deswegen ist dann relativ viel im Video reingepackt. Äh, vielleicht das. Er hat auch in den zweiten Kommentaren geschrieben, dass er es nicht so genau erklären kann. Ähm, weil das halt eine Aussage, mit der ich nicht ganz so wahnsinnig viel anfangen kann. Weil, ich meine, ne, was soll ich machen, wenn ich ein Let's Play aufnehme? Weniger reden ist ja im Grunde dann nur Schweigen. Es gibt im Grunde ja nur zwei Möglichkeiten, ne. Wenn ich zu viel rede, ähm, klar, langsamer reden wäre eine Option. Ähm, dann kommt, rede ich, ich rede ja dann genau gleich viel, theoretisch, wenn ich langsamer rede. Also vom, na, wisst ihr, wie ich meine, das Video ist ja trotzdem durchgehend geredet. Ähm, na, ob da jetzt eher gemeint war, dass ich öfter mal eine Pause machen soll. Einfach mal hier so eine halbe Minute Traktorsound oder so ein bisschen. Na, einfach mal so ein bisschen Pausen machen dazwischen. Und dann vielleicht wieder weitererzählen. Könnte ja sein, ne, könnte ja sein. Also deswegen, ich bin mir dann manchmal ein bisschen unsicher, ne, wenn, wenn, wenn so Kommentare kommen, wie genau das gemeint ist. Ähm, und natürlich gibt es auch ab und zu mal der Kommentar, der einfach sagt, blödes Video, ne. Das war jetzt hier, ich glaube, bei den Let's Play schon länger nicht mehr. Aber bei meiner Rest nur neun Videos hat das noch nicht jemand drunter kommentiert, der irgendwie einfach nur gesagt hat, blödes Video oder scheiß Video oder sowas. Ähm, ja gut, ich meine, damit kann ich dann besonders wieder anfangen. Ähm, ja, ne, im Grunde gar nichts, ne. Also von da, aber ich bin, für Kritik bin ich definitiv immer offen. Und, ne, versuche ja auch immer mich kontinuierlich zu verbessern. Und, äh, in letzter Zeit ist vermutlich nicht allzu viel Verbesserung aufgetreten. Was natürlich auch mit ein Grund, äh, ist, um, äh, mal ein bisschen in sich zu reflektieren und zu überlegen, ob das alles so richtig läuft. Na, wenn man will ja sich doch irgendwie kontinuierlich verbessern. Und, äh, ja, von da, wie gesagt, Kritik und, und, aber Verbesserungen vor Flaggen und Anregungen und so weiter ist natürlich immer sehr gern gesehen in den Kommentaren. Ähm, genauso wie, ne, zu mir alles andere auch, solange es nett ist. Also, müsst ihr jetzt ja nicht, ne, solange niemand angefangen wird zu beleidigen oder sonst irgendwas, sind alle Kommentare willkommen. Ja, ähm, in diesem Sinne, jetzt habe ich wieder zu viel gequasselt, ne. Das, ja, habe ich definitiv. Das ist vielleicht jetzt wieder sowas, wo ich einfach, ne, wo, das hätten wir auch in einem Satz sagen können. Vielleicht hat er das gemeint. Dass ich manchmal einfach ein und dieselbe Sache in fünf Sätzen sage, anstatt in einem. Okay, okay. Ich beende mal das Video an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei ganz doll fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Tschüss. Auf Wiedersehen und Tschüss.